Es ist lange her, dass ich ein so beklopptes Game gespielt habe, welches es aber gleichzeitig geschafft hat, mich für ein paar Stunden gut zu unterhalten. Zuletzt war es wohl Maneater, wo man einen rachehungrigen Hai spielt. Dieses Mal wird ein deutlich weniger brutales Vorgehen vom Spieler gefordert, doch ist man als Gans nicht weniger störenfried und nimmt gewissermaßen auch den Kampf gegen ahnungslose Menschen auf, die doch nur ihrem Alltag nachgehen wollen. Wie sich Untitled Goose Game spielt und was das Spiel so ausmacht, verrate ich euch jetzt im Fazit. Untitled Goose Game erschien bereits 2019 und wurde vom australischen Indie-Studio House House entwickelt. Ihr spielt eine gemeine Gans, welche in einem kleinen Dorf die Bewohner zur Weißglut bringt. Und ihr macht das Ganze, weil es eure Aufgabe ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn eure Aufgaben werden euch auf einem handbeschriebenen Blatt Papier vorgelegt und diese sind meist sehr banal, benötigen aber in der Regel Logik und Geschick. Es handelt sich also nicht um ein Jump'n'Run oder so, sondern im weitesten Sinne um ein Knobelspiel. Nachdem ihr im ersten Gebiet eine Handvoll Aufgaben meistern konntet, führt ein Ereignis dazu, dass sich der nächste Teil der Spielwelt für euch öffnet und ihr Zugang zum zweiten kleinen Gebiet und eben neuen, passenden Aufgaben bekommt. Nach vier Gebieten und einer Abschlussmission ist das Spiel dann auch schon beendet. Es gibt zwar anschließend noch ein paar besonders knifflige Bonusaufgaben zu meistern, welche durchaus fordernd sein können, aber der reguläre Durchgang ist nach circa zwei bis drei Stunden schon wieder vorbei. Diese wenigen Stündchen bleiben aber konstant unterhaltsam, albern, knifflig und dadurch irgendwie kurzweilig. Ein wenig mehr Abwechslung in den Rätseln und den kleinen Welten hätte ich mir dann aber doch gewünscht. Dabei ist es nicht so, dass das Gameplay gar keine Abwechslung bot oder alles vorhersehbar war. Im Gegenteil, musste ich bei ein paar Aufgaben durchaus grübeln und kam dann auch mal recht spät dahinter, was eigentlich gefordert wird. Zu viel will ich hier gar nicht verraten, da ich euch nicht die Rätsel hier unnötig enthüllen möchte, falls ihr das Spiel eventuell noch nachholen möchtet. Aber gerade weil die Aufgaben so skurril sind, sind sie eben auch so unterhaltsam. Mal müsst ihr ein Objekt einfach irgendwo hintragen, indem ihr danach schnappt und es dann im Maul zum Ziel transportiert. Mal müsst ihr dafür sorgen, dass ein Gärtner nass gespritzt wird. Hin und wieder ärgert ihr auch ein Kind, welches sich dann so sehr vor euch fürchtet, dass es sich in einer Telefonzelle einsperrt. Wichtig ist es, sich nicht erwischen zu lassen, denn in aller Regel reagieren die Anwohner sehr genervt und versuchen euch zu verscheuchen. Dabei verliert ihr dann oftmals das Objekt, welches ihr gerade herumtragt und fangt dann gegebenenfalls von vorne an. So müsst ihr also eure Routen planen, vorsichtig agieren und mit dem Gegacker auch hin und wieder einfach Menschen ablenken, damit sie euch nicht entdecken. Das Ganze bleibt gewissermaßen monoton, denn außer nach Objekten zu greifen, die Flügel auszubreiten, zu gackern und schneller zu laufen, gibt es nichts. Der Vorteil an diesem recht simplen Spielprinzip ist, dass die Steuerung auch leicht verständlich bleibt. Dabei sind zwei sehr wichtige Faktoren für den Spielspaß in der audiovisuellen Darstellung geboten. Die Level sind nicht besonders groß, aber recht unterschiedlich designt. Es gibt den ersten Garten, es gibt eine Straße mit einem kleinen Laden, dann kommt noch ein größerer Garten und zu guter Letzt eben das Café. Haut einen jetzt nicht komplett vom Hocker, aber der grafische Stil ist schon ziemlich cool und irgendwie liebevoll. Die Physik im Spiel ist recht ansprechend, so können Objekte eben auch von einem Tisch fallen oder ein Ball von A nach B gekickt werden. Vor allem sind die Bewegungen der Gans ziemlich gut gelungen und auch manche Bewegungen der Bewohner sind einfach ulkig. Obwohl keine Mimik erkennbar ist, kann man trotzdem meist sehr gut erkennen, was gerade im Kopf des jeweiligen Bewohners vor sich geht. Und das wird natürlich auch wunderbar durch die Akustik unterstützt, denn das Spiel setzt auf sehr dezente, ruhige Töne, die ein wenig im Hintergrund trellern. Aber wird es mal hektisch, weil man vielleicht gerade von einem Bewohner verfolgt wird, weil man seine Schlüssel geklaut hat, dann wird dies auch durch die Hintergrundmusik verdeutlicht, welche dann lauter und etwas schneller wird. Das Ganze passiert dezent und unterstützt dadurch wunderbar das Geschehen auf dem Bildschirm. Neben der stimmungsvollen Musik gibt es aber praktisch keine Sounds, außer dem Gegacker der Gans. Das ist etwas schade und auf Dauer auch zu monoton. Abschließend gibt es jetzt noch ein paar Worte zum Umfang des Spiels. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist man nach locker drei Stündchen durch mit der Handlung, wenn man das so nennen möchte. Und anschließend lassen sich die Bonusaufgaben ja dann auch noch erledigen. Und aufgrund des erhöhten Schwierigkeitsgrades kann da durchaus noch die ein oder andere Stunde hinzuaddiert werden. Will man die Aufgaben nicht alleine absolvieren, kann man dies auch zu zweit in einer Art Koop-Modus tun. Mehr Möglichkeiten bleiben dann jedoch nicht mehr. Allzu viel sollte man also hier nicht erwarten. Klar, es ist nur ein Indie-Spiel, aber ein oder zwei Level mehr hätten hier wohl auch nicht geschadet. Und ihr denkt jetzt vielleicht, das Ganze klingt irgendwie gar nicht mal so berauschend. Und naja, so berauschend war Untitled Goose Game in meinen Augen auch wirklich nicht. Aber es war eben auch nicht schlecht. Im Gegenteil, die Knobbeleien haben Spaß gemacht und die Spielidee ist einfach mal schön bescheuert und lustig zugleich. Erwartet hier also kein Meisterwerk in irgendeiner Hinsicht. Aber wollt ihr vielleicht einfach für ein paar Stündchen einfachen Knobelspaß haben und könnt mit der Spielidee und der Grafik was anfangen, dann könnt ihr getrost zuschlagen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist Untitled Goose Game auch Teil der Playstation Plus Extra Spielebibliothek. Das heißt, wenn ihr Playstation Plus Extra habt, könnt ihr das Spiel ohne weitere Kosten einfach spielen.